So sieht's also bei den Katholen aus, ich spritz ab. Also ihr seid doch die, bei denen man bei der Taufe in den Pipa anschneidet, oder? Nein, das sind die Juden. Die Luden? Diese harten Zuhältertypen von der Reeperbahn? Die haben jetzt auch schon eine eigene Religion? Juden, mit J!